Die Stadtwerke München tragen maßgeblich zur Münchner Lebensqualität bei. Sie bieten darüber hinaus ihren Kundinnen und Kunden ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine hohe Qualität und einen ausgezeichneten Service. Die SWM sind immer für Sie da. Am häufigsten genutzt wird der telefonische Kundenservice. Sie erreichen ihn kostenfrei unter 0800 796 796 0. Direkt am Marienplatz im Zwischengeschoss bieten die SWM ihren Kunden mit dem SWM-Shop eine zentrale persönliche Anlaufstelle. Hier gibt's alle Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der SWM. Und Mnet informiert über die Münchner Glasfaser. Nebenan im MVG Kundencenter wird einem jede Frage zum Münchner Nahverkehr beantwortet. Auch im Kundencenter in der SWM-Zentrale in Mosach beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend zu Produkten und Dienstleistungen. Ebenfalls hier in der SWM-Zentrale befindet sich die kostenlose SWM-Energieberatung. Experten verraten Tipps und Tricks in Sachen Energieeinsparung. Und man kann zum Beispiel Strommessgeräte ausleihen, um Stromfressern im Haushalt auf die Spur zu kommen. Bei der Energieberatung für Haushalte mit geringem Einkommen kommt der Energieberater ins Haus und hilft, die Stromkosten zu senken. Tipps und Informationen zum Energiesparen finden Sie auch auf www.swm.de. Der Online-Service MeinSWM oder die SWM-App für Smartphone ergänzen die persönlichen Kontaktangebote der SWM. Natürlich sind die SWM in den sozialen Medien für ihre Kundinnen und Kunden da. Auf Facebook und Twitter sowie mit einem eigenen YouTube-Kanal. Persönlich und direkt vor Ort oder auch digital im Internet. Die Stadtwerke München sind Ihr Münchner Energieexperte und immer für Sie da.